Wie du eine professionelle und ausführliche Keyword-Recherche und Analyse für deinen Online-Shop durchfährst. Genau das lernst du in diesem Video heute. Viel Spaß! Und zwar habe ich mir einen kleinen Online-Shop ausgesucht, der, ja ich weiß, noch nicht wirklich für die Suchmaschinen optimiert ist. Und bevor wir diesen Shop für die Suchmaschinen optimieren, gehen wir erstmal eine Keyword-Research durch. Und damit wir überhaupt wissen, auf welche Suchbegriffe unsere Zielgruppe sucht oder auf welche Suchbegriffe wir überhaupt optimieren müssen, ist dieser Schritt, ja unumgänglich. Und damit das Ganze hier nicht ausartet, habe ich hier schon ein paar Sachen vorbereitet. Jetzt zum einen werde ich vorstellen, was für Suchbegriffen, Arten es gibt, also was für Unterschiede gibt es da. Und ja, wie du Goldnuggets für deinen Online-Shop finden kannst. Das alles live zeige ich dir an einem kleinen Online-Shop. Viel Spaß damit! Fangen wir mit dem Search-Intent an, also der Suchintention. Google ist ja besonders, besonders stark darin, genau zu wissen, was die Suchenden überhaupt für, ja Lösungen oder für Seiten überhaupt haben wollen, zu den Suchbegriffen, die sie eingegeben haben. Da ist Google jetzt in den letzten Jahren, ja wirklich verdammt stark geworden. Und Google selbst unterscheidet den Search-Intent, ihren Quality-Rater-Guidelines nach Do, Know und Go, also sprich transaktionalen, informationsgetriebenen Keywords und navigationalen Keywords. Das kann man alles noch ein bisschen auf die Spitze treiben, kann verschiedene Clusterungen von transaktionalen Suchanfragen zum Beispiel setzen, dass man die unterteilt in kommerzgetriebene Suchanfragen zum Beispiel. Ich möchte das in diesem Video relativ simpel halten, weil das Video sonst würde ich einfach von der Zeit her einfach sprengen. Wir konzentrieren uns bei der Keyword-Recherche von Online-Shops oftmals auf produktspezifische, produktunspezifische und informationsgetriebene Suchanfragen. Produktspezifische Suchanfragen sind oftmals sowas wie die Suche nach einem bestimmten Produkt, also der Kunde oder der potenzielle Suchende, weiß einfach genau nach welchem Produkt er sucht. Sucht zum Beispiel Microsoft Surface Laptop 15 Zoll. Das ist extrem spezifisch. Und spezifische Suchanfrage wäre so etwas wie Microsoft Laptop. Da weiß man nicht, hey, welchen Laptop will er denn jetzt kaufen, welche Marke, welche Eigenmarke, welche Größe soll der Laptop haben und so weiter. Relativ unspezifisch. Und informationsgetriebene Suchanfragen wäre so etwas, wie teuer ist ein Microsoft Laptop? Oder brauche ich ein Microsoft Laptop zum Homeoffice? Also solche Anfragen, die ja rein den informationsgetriebenen Search Intent befriedigen. Das ist so ein bisschen die Clusterung. Auf diese Clusterung konzentrieren wir uns hier bei dieser Keyword-Recherche, bei diesem Beispiel. Und ja, ich würde nur sagen, wir steigen direkt mal ein zum Beispiel. Und zwar habe ich mir hier einen kleinen Shop ausgesucht. Der hat jetzt noch nicht viele Produkte und Kategorien. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, denn wir wollen hier nur eine Beispiel-Keyword-Recherche machen. Und ja, das ist ein Shop, der Artikel für Kindergeburtstage, Kinderfeiern anbietet, Einladungskarten, Kindergeburtstags-Deko-Sets und so weiter. Also alles, was mit Dekorieren zu tun hat und natürlich im Zusammenhang mit Geburtstagen von Kindern. Natürlich aber auch Weihnachtsfeiern etc. Also alles in dem Spektrum. Und ja, hier versuchen wir jetzt mal ein paar Goldnagel zu finden. Entsprechend, wir versuchen Keywords zu finden, auf die der Shop optimieren kann. Dabei suchen wir nach Suchvolumen, Cluster nach dem Search-Intent, wie gerade eben schon beschrieben. Und schauen einfach grob, wie ist denn die Konkurrenz und was muss auf dem Shop überhaupt angepasst werden, damit wir überhaupt ansatzweise eine Chance haben, da nach vorne zu kommen. Und zwar schauen wir uns jetzt erstmal an, was für Produkte bisher auf dem Shop überhaupt zu finden sind. Klicken wir uns mal hier ein bisschen durch und markieren uns erstmal die Begriffe, die hier im Fleestick zu finden sind. Normale Keyword-Recherche startet eigentlich damit, dass man mit dem Kunden vorab redet, im Kick-Off-Meeting, da einfach über die Produkte spricht, was soll verkauft werden, wo ist die Cash-Cow zum Beispiel, was soll stärker beworben werden, was soll stärker gefunden werden über die Suchmaschinen, dass man hier einfach weiß, wo die ersten Optimierungsansätze dann gemacht werden sollen, wo der Fokus erstmal liegt. Das werden wir jetzt natürlich hier nicht simulieren, ich habe mir eine kleine Liste hier mal zusammengestellt und da schauen wir gleich mal, was wir da so finden. Es gibt verschiedene Keyword-Research-Tools am Markt. Das Tolle ist, dass ja alle, die nehmen sich nicht besonders viel, also es ist egal, ob es jetzt ein kwfinder.com, wie ich den jetzt hier gleich nutzen werde, nutzt, oder ein Ahrefs, die Unterschiede sind nicht so extrem, wie sie oftmals dargestellt werden. Wir haben ein Video erstellt, wo wir professionelle Keyword-Research zeigen, wo wir ganz, ganz viele Keyword-Tools auf einmal verwenden und einfach schauen, dass wir möglichst viele Datenquellen anzapfen. Das machen wir in diesem Video nicht, weil das Video würde sonst einfach viel zu lange gehen. Der kwfinder ist für eine erste Analyse vollkommen ausreichend, wenn das dann ins Detail geht und da einfach noch mehr Keywords gebraucht werden, dann sollte man immer mehrere Keyword-Tools verwenden, alle Daten sammeln, Pivot-Tabelle erstellen. Ich werde das Video verlinken für alle, die das interessiert, aber jetzt erstmal für eine erste Keyword-Research reicht die KW-Finder vollkommen aus. Ich habe hier das erste Keyword mal eingetragen, das ist Kindergeburtstag, Germany und wir lassen mal any language, lassen wir einfach mal so und schauen einfach mal, was der für Keyword-Ideen hier ausspuckt. Okay, er spuckt nichts aus. Kindergeburtstage, sollten wir vielleicht das mal eintragen. Nicht, dass wir jetzt zu Ahrefs noch wechseln müssen, weil der KW-Finder nichts findet. Parallel gibt nur einfach mal Kindergeburtstag ein und schaut dann, was hier für automatische Vorschläge von Google selbst kommen und schaut sich an, was hier für ähnliche Suchanfragen zu Kindergeburtstage sind. Jetzt kann man schon mal sagen, Kindergeburtstag ist so generisch, selbst wenn der Shop zu diesem Keyword gefunden werden sollte, was nicht realistisch ist, würde es überhaupt nichts bringen, weil das ist ein Keyword, wo man den Search-Intent nicht wirklich bestimmen kann zu 100%. Das ist so generisch, das hat definitiv einen sehr, sehr hohen Suchvolumen, aber man weiß allerdings nicht, was ist da hinten dran. Und das ist unsere Empfehlung immer für Online-Shops, hey, geh nicht auf die ganz riesengroßen Keywords mit einem hohen Suchvolumen, da kommst du meist nicht nach vorne und der Search-Intent ist so wischiwaschi, sage ich jetzt einfach mal, dass du da eh drüber nichts verkaufen wirst. Das klassische Beispiel, was ich schon mal in einem Case-Study hier vorgestellt hatte, ein Kunde von uns war zum Keyword Feuerlöcher ganz weit vorne und separat haben wir ihn optimiert zum Keyword Feuerlöcher kaufen und das merkt man einfach einen Riesenunterschied. Feuerlöcher ist total generisch, kommen sehr, sehr wenige Leads rein und über Feuerlöcher kaufen, ja, da klingelt die Kasse einfach. Das ist einfach ein Suchbegriff, wo Leute Feuerlöcher kaufen möchten und das tun sie dann auch, da suchen sie danach. Leute, die Feuerlöcher eingeben, das ist viel zu generisch, da finden die auch, da wollen sie vielleicht eine Information haben und nichts kaufen. Das ist halt für Online-Shops für den ersten Step erstmal weniger interessant. Wenn der Shop nicht wirklich optimiert ist bisher, dann würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, zuerst mal die transaktionalen Keywords abgrasen. Die informationsgetriebenen Keywords kann man später immer noch gehen. Okay, hier habe ich schon Kinderparty-Deko. Hier ist direkt ins Auge gesprungen. Kinderparty-Deko, das ist doch mal ein geiles Keyword. Das setzen wir uns gleich mal in eine Liste rein. Und hier können wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Kindergeburtstag-Deko wird 4600 Mal gesucht. Deko-Kindergeburtstag wird 2000 Mal gesucht. Die ganzen Punkte hier, die kann man sich schon markieren, eine Liste eintragen und kann das Ganze einfach entspannt, sage ich jetzt mal, durchgehen. Ich mache jetzt einfach mal Copy-to-Clickboard. Man kann auch hier Add-to-List machen und eine Liste erstellen. Das ist alles sehr, sehr einfach. Wir machen es mal ein bisschen umständlicher und ich werde es hier in die Liste eintragen. Machen wir weiter mit dem nächsten Begriff. Und zwar gehe ich dann hier einfach auf Kinderzimmer-Poster. Ich habe es hier auch in der Liste stehen. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Das ist natürlich Kinderzimmer, nicht Kindergeburtstag. Wir geben einfach mal Poster für Kinderzimmer ein, beziehungsweise ich habe das hier schon mal gemacht. Poster für Kinderzimmer und Poster für Kinderzimmer hier. Und da kann man direkt schon mal schauen, was hier kommt. Also Poster für Kinderzimmer-Junge und Mädchen wird scheinbar unterteilt. Kinderzimmer-Bilder-Jungs, Einhorn-Poster für Kinderzimmer, Bilder für Kinderzimmer. Also auf jeden Fall den Suchbuch geweise ich direkt. Hey, das kombiniert man noch mit Bildern. Hier ist ähnliche Suchanfragen. Hier ist es ähnlich. Hier einfach mal schauen. Hier Poster, Kinderzimmer. Da muss man mal schauen, ob das dann auch schon zum Shop passt, weil der Shop bietet eher solche gezeichneten Bilder an und selbstgebastelte Schilder und Poster an. Da muss man mal schauen, ob das dann so passt. Aber das muss man dann auch mit dem Kunden so oder so durchsprechen, weil als Suchmaschinenoptimierer SEO kann man die Tools verwenden, kann man entsprechende Research starten. Allerdings muss das natürlich letzten Endes auch mit dem Kunden besprochen werden, ob das dann überhaupt passt. Ist, denke ich, noch selbsterklärend. Wir markieren wieder alles, was interessant klingt. Poster Kinderzimmer, Poster Kinder. Ja, Poster Babyzimmer. Jetzt weiß ich jetzt schon mal, dass man das aufklastern muss. Also, um hier entsprechend gut zu ranken, brauchen wir mehrere Kategorien. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also einmal Poster für Kinderzimmer, dann einmal Poster für Babyzimmer, Poster für Mädchenzimmer, Bilder Kinderzimmer. 6900 Mal wird deutlich häufiger gesucht. Was auch sehr wichtig ist beim KW Finder. Hier die Konkurrenzeinschätzung ist, ja, die ist für die Tonne. Was die schauen, wenn ich das richtig hier verstanden habe, ist, dass die einfach schauen, wie stark sind diese Webseiten hier verlinkt. Und so ein Etsy und so ein Amazon, ja, ist ja klar, dass die sehr, sehr stark verlinkt sind in der Regel. Und deswegen auch vom Brand her, vom Brand Search her, ja, einfach die ganze Welt sucht nach Amazon. Und Etsy kennt auch, denke ich mal, jeder. Deswegen sind die überall weit vorne und da können die noch so einen geringen Wert haben. Wenn eine Unterseite von denen nicht so gut verlinkt ist, aber der Rest der Domain, der einfach eine krasse Brand ist, dann ranken die immer in den Top 3 oder in den Top 5. Deswegen kann man nach solchen Werten, nach meiner Meinung, absolut gar nicht gehen. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Also meine definitive Empfehlung, aber nicht danach zu gehen. So, da haben wir auch Poster, Kinderzimmer, Junge. Klappt doch. Und auch Poster, Kinderzimmer, Mädchen. Ah, ist komisch. Warum werden Jungs häufiger gesucht als Mädchen? I don't know. So, ist auch egal. Erstmal Bilder für Kinderzimmer. Wir gehen das alles mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Ich mache jetzt hier Copy to Clipboard. Eigentlich würde ich hier alles komplett nur mal fein säuberlich durchgehen. Da wir das Video relativ kurz halten wollen und knackig halten wollen, markiere ich das jetzt mal. Immer die Hauptkategorie oben drüber und hier sind weitere Keyword-Ideen. Und ja, so ziehe ich das dann immer durch. Bis der komplette Shop ja entsprechende Keyword-Ideen hat. Wir nehmen jetzt nochmal eine Sache mit vom Shop. Und zwar gehen wir mal auf Geburtstagskarten. und geben das hier dann auch mal wieder ein beim KW-Finder und zeitgleich auch bei der Google-Suche und gucken hier mal wieder. Ja, lustige Geburtstagskarten kostenlos. Ich glaube, wir müssen das mit Kindern kombinieren, weil hier gibt es lustige Geburtstagskarten für Frauen. Das scheint auch dann für Erwachsene ansprechend zu sein. Ist nicht unsere Zielgruppe. Ist nicht unsere Zielgruppe. Wir wollen natürlich die Kinderzielgruppe haben. Und ich gebe mal Kindergeburtstag. Ein Kindergeburtstagskarten. Vielleicht Einladungskarten könnten wir auch noch kombinieren. Aber es ist halt so ein Prozess. Und das ist halt so wichtig, dass man mit dem Kunden das vorab klärt. Oder wenn du ein Shop-Betreiber bist, dass du es mit dir selbst klärst oder mit deinem Geschäftspartner. Einfach schaust, hey, welche Begriffe wendet ihr für eure Produkte? Was macht die Konkurrenz? Wie betitelt die eure Produkte? Und so weiter. Also da hast du viele Möglichkeiten zu recherchieren. Und hier sieht man auch schon, dass das gar nicht so wenig gesucht wird. Geburtstagskarte, Kinder. Geburtstagskarten für Kinder. Geburtstagsklückwünsche für Kinder. Da ist eigentlich mal wieder was anderes. Wir markieren mal wieder alles ein bisschen, was interessant ist. Und Sprüche Kindergeburtstag, das passt nicht. Das ist ein bisschen weniger als die anderen. Schöne Geburtstagskarten, Einladung, Kindergeburtstagsvorlage. Das könnte vielleicht auch interessant sein. Genau, das nehmen wir jetzt mal mit. Machen wir Copy to Clickboard. Und markieren das jetzt mal. Und genau, wir gehen jetzt Kategorie von Kategorie einfach durch. Sticker lasse ich jetzt einfach mal weg. Und genau, dann gucken wir jetzt mal die Keyword-Ideen an, die wir jetzt haben. Ich klicke einfach auf Import. Und mache dann Paste und Copy. Und was wir jetzt auch zeitgleich machen, ist eine Mindmap mit xmind.net. Ist es glaube ich, ich werde es in den Show-Notes verlinken, eine Mindmap zu erstellen. Weil diese Mindmap dient so als Visualisierung der Informationsarchitektur. Wir müssen genau wissen, wie wir denn unseren Shop überhaupt optimieren wollen. Welche Kategorien gibt es? Welche Produkte gibt es? Und bisher waren wir nur auf Produkt- bzw. auf Kategorie-Ebene. Auf produktspezifische Keywords gehen wir hier in dem Fall nicht. Weil es eben keine produktspezifischen Artikel sind. Also so eine Kindergeburtstag-Einladungskarte ist nicht so spezifisch wie jetzt ein Feuerlöcher von einem bestimmten Hersteller. Also ich kann zwar mal Kindergeburtstag-Einladungskarte Prinzessin Maja eingeben. Da bin ich aber sehr, sehr sicher, dass das nicht gesucht wird. Das wäre jetzt theoretisch auch produktspezifisch. Ich weiß allerdings auch, ich bin sehr, sehr sicher, dass das nicht gesucht wird. Und jetzt schauen wir mal, ob das, was das Tool sagt. Und ja, es wird nicht gesucht. Und ich kann auch immer sagen, Keywords unter 100 Suchanfragen im Monat sind in der Regel sehr, sehr uninteressant. Also auch mit 100 Suchanfragen im Monat, das ist schon arg wenig. Weil du musst überlegen, dass ungefähr die Hälfte der Nutzer, die klicken fast gar nicht mehr auf die organischen Suchergebnisse. 3-4% klicken auf die Google-Ads. Der Rest scrollt nur, guckt nur. Also es ist sehr, sehr hohe Dunkelziffer von Nutzern, die nicht klicken. Und deswegen ist es immer so gefährlich, hier nach einem Suchvolumen genau zu gehen. Besonders bei so geringen Suchvolumen. Wenn dich jetzt hier auf so ein Keyword wie eine Maja-Party stürzt, was allerdings nur 3 Suchanfragen im Monat hat, dann kommst du wahrscheinlich relativ schnell nach vorne, kriegst allerdings keine Besuche oder vielleicht 2-3 Klicks im Monat. Das wird in der Regel keine Conversion und ganz, ganz wenige Kunden dir nur auf den Shop bringen. Besonders sowas wie Geburtstagskarten, wo ja ein relativ geringer Preis ist, relativ geringe Marge, muss man eben auch auf Keywords gehen, die halt ein gewisses Suchvolumen haben. Mindestens mal 500, 400, 600 Suchanfragen im Monat haben. Das ist immer das Wichtigste. Wir haben jetzt die Keyword-Ideen, die ich gerade eben rauskopiert habe, nochmal hier in den KW-Finder reingeklatscht. Und ich würde einfach mal sagen, weil das das höchste Suchvolumen hat und Kindergeburtstags-Deko, Deko-Kindergeburtstag, die sind verdammt ähnlich. Und wir schauen jetzt einfach mal die Suchergebnisse hier an, was denn hier erscheint. Also es ist jetzt Amazon, irgendein Shop, noch ein Shop, noch ein Shop, ist glaube ich auch ein Shop. Also es sind nur Shops anwesend und ja, wir optimieren hier gerade einen Shop. Deswegen ist das relativ gut, dieses Keyword. Ist alles transaktional und sind alles Unterseiten. Ich würde aber sagen, hier ist keine Unterseite, hier ist direkt die Startseite. Hier geben wir mal den Ganzen ein Go. Und wir bauen jetzt, wie gesagt, eine Informationsarchitektur erstmal. Und dazu bauen wir mit Xmind was Kleines. Und ich schreibe jetzt hier einfach mal Startseite, Kindergeburtstags-Deko ist das Keyword. Das wird jetzt, ich glaube, 4000 Mal gesucht, 4600 Mal. Und dann klicken wir uns einfach mal so ein bisschen durch. Also was wir gerne machen, ist hier eine Notiz anfügen und die weiteren Keyword-Ideen hier noch einfügen. Weil man kann natürlich auf mehrere Keywords optimieren, eine Seite. Wenn die natürlich sehr, sehr ähnlich sind und sowas wie Kindergeburtstags-Deko und Deko-Kindergeburtstag. Da, wenn du die Buchstaben, die Wörter vertauscht, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und da hat man auf jeden Fall schon ein schönes Suchvolumen. Zwei fette Keywords und die anderen, die kann man definitiv mitnehmen. Lass ich jetzt mal kurz weg, weil wir haben es eilig. Und zwar gehen wir direkt mal weiter auf die erste Kategorie, auf Produkt- und spezifische Keywords und zwar Poster für Kinderzimmer. Und das ist eigentlich das gleiche Prozedere. Ich gehe wieder auf Import, klicke mal hier drauf und dann sehe ich das Suchvolumen. Ganz wichtig, der Search, also hier das Suchvolumen, das bezieht sich auf das monatliche Suchvolumen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind natürlich Vergangenheitswerte, das sind Schätzungen auch sehr, sehr wichtig. Also hier wirst du nie das exakte Suchvolumen herausfinden. Deswegen ist es halt so wichtig, dass du eben nicht auf diese kleinen 100 Suchanfragen im Monat gehst, sondern eher schaust, hey, dass da mal mindestens 400, 500 Suchanfragen im Monat ist. Das kann natürlich immer drauf an, wenn du sehr, sehr hochpreisige Artikel verkaufst, wo du eine riesen Gewinnmarge hast und dir reicht es, wenn fünf Leute auf deinen Shop draufgehen und einer kauft was davon und du dann von sehr gut leben kannst, dann von mir aus das reicht. Von der Erfahrung her kann ich allerdings sagen, das wird in der Regel nicht klappen. Mit solchen Mini-Keywords, die zu wenig gesucht werden, alles unter 100, kannst du in der Regel eigentlich löschen. Gut, genug geredet. Hier sehe ich einfach Poster für Kinderzimmer. Das hat, oh, Bilder-Kinderzimmer. Okay, hier wäre auch eine Frage jetzt. Hier müsste ich mit dem potenziellen Kunden reden. Hey, Bilder-Kinderzimmer oder Poster-Kinderzimmer, was ist dir lieber? Wenn ich das so richtig verstanden habe, sind Poster eher sowas Gezeichnetes, eine Grafik etc. Und Bilder-Kinderzimmer, das können dann so Tierfotos sein etc. Deswegen glaube ich, dass Poster-Kinderzimmer besser sind. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier auf Poster-Kinderzimmer. Das ist unsere erste Kategorie. Und wir schauen uns die nächste Kategorie an. Und zwar war das jetzt Kinder-Geburtstagskarten. Genau, das geben wir jetzt ebenfalls ein. Gehen hier wieder auf Import und Prozess-Keywords. Und gucken nochmal, Geburtstagskarte-Kinder, Kinder-Geburtstagskarten. Ja, ich glaube, Geburtstagskarte-Kinder, das ist erstmal das Interessante mit dem höchsten Suchvolumen. Ah, verdammt. So. Okay. Es ist, wie gesagt, nur ein Beispiel-Keyword-Research. Bei den meisten Shops gibt es hunderte von Kategorien. Und das ist natürlich verdammt viel. Aber die wollen erstmal eine Informationsdetektur bauen, wo wir dann genau wissen, hey, es muss eine Unterseite geben, eine Kategorie-Seite für Geburtstagskarte-Kinder. Es muss eine Unterseite geben, eine Kategorie für Poster-Kinderzimmer. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und die Startseite wird auf Kinder-Party-Deko, bzw. Kinder-Geburtstags-Deko, dann optimiert werden. Was wir jetzt immer hier in dem Fall machen, ist Import. Wir geben jetzt nochmal alle Keywords hier entsprechend ein. Ah, ich weiß nicht, hat er jetzt alle genommen? Nein, hat er nicht. Geben wir es hier nochmal ein. Und haben dann hier eine große Liste, die wir uns jetzt mal importieren werden. Geben wir Export to CSV. Genau, hier Spalte, überprüfen, Daten, Texte entspalten. Getrennt, Komma. So, easy. Was der KW-Feiner macht, er versucht das Suchvolumen immer natürlich zu schätzen und hat hier verschiedene Reiter in den letzten drei Monaten versucht das zu schätzen. Also hier sieht man auch Kindergeburtstags. Deko wurde in den letzten Monaten scheinbar häufiger gesucht, als in den letzten zwölf Monaten Gesamtübersicht. Wir nehmen hier trotzdem immer zwölf Monate, weil das der größte Mittelwert immer darstellt, wenn du eben Schwankungen hast, dass du hier eine größtmögliche Bereinigung hast, einen größtmöglichen Mittelwert hast. Genau. Dann geben wir hier Kategorie ein. Kategorie. Und machen hier mal Kindergeburtstag. Damit wir eben später, wenn wir eine sehr, sehr große Keyword-Liste haben, dass wir dann hier auch die Übersicht noch behalten. Behalten. Ähm, genau. Deko-Set. Okay. So. Poster für Kinderzimmer. Gehen das hier mal durch. Bilder für Kinder, Kindergeburtstag. So. Okay. Jetzt gehen wir diese Liste durch und schauen, hey, was passt denn überhaupt hier hin, was nicht. Ähm, hier sehe ich sofort Kindergeburtstags-Deko-Set. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine eigenständige Kategorie, wo ich dann, äh, mit dem Kunden reden müsste und sagen müsste, hey, pass mal auf, du brauchst eine Unterseite für Kindergeburtstags-Deko-Set, weil Deko-Set und Kindergeburtstags-Deko, das sind aber zwei Paar verschiedene Schuhe. Wenn du da unsicher bist, dann google das einfach mal. Äh, kommen die gleichen Suchergebnisse zum Deko-Set, die gleichen Shops, wie zu Kindergeburtstags-Deko? Ich habe das jetzt vorab geprüft und weiß, dass es eben nicht der Fall ist. Deswegen kann man hier zwei verschiedene, oder muss man hier zwei verschiedene Landing-Pages oder Kategorie-Seiten halt haben. Und, äh, wie gesagt, Kindergeburtstags-Deko geht auf die Startseite drauf. Und, was ich jetzt eigentlich hier noch mache, ist, ich jetzt suche ich mal, nur nochmal nach Kindergeburtstags-Deko-Set, ob ich hier weitere Keywords angezeigt bekomme. Ich gebe das hier bei Google ein. Äh, was gibt es hier? Party-Deko-Set. Ja, Party-Deko-Set ist so unspezifisch. Das kann auch für Erwachsene oder für Jugendliche sein. Deko-Ideen, das wäre jetzt eher, ähm, Deko-Ideen, das sieht man halt sofort, da will jemand Informationen haben und selbst Deko basteln. Und wir als Shop wollen natürlich unseren Deko-Set verkaufen. Deswegen, das ist vielleicht maximal für einen Blogartikel, Magazinartikel interessant, dass halt ein informationsgetriebenes, äh, Suchanfrage. Ähm, Ideen-Jungen auch. Deko, Kindergeburtstags-Deko zwei Jahre. Also wissen wir, dass das auch nach Jahren gesplittet wird. Äh, wir wissen jetzt allerdings, dass jetzt, ähm, zu, äh, Kindergeburtstags-Deko-Set relativ wenig, ähm, Variationen gibt. Also hier wird nur Kindergeburtstags-Dekoration online kaufen, äh, vorgeschlagen. Ähm, ich mache jetzt erstmal folgendes und zwar, genau, 330. Das ist eine eigene Kategorie jetzt. Die nehmen wir und damit wir die Übersicht behalten, ähm, haben wir hier natürlich unsere Unterseite gesetzt. Und wir gehen weiter, weil dieses eine Keyword, das hat sich eigentlich sehr, sehr spannend angehört. Das checke ich jetzt auch mal. Okay, der KW-Finder ist endlich fertig. Ähm, warum ist dieses Keyword, äh, diese, dieses, äh, Long-Tail-Keyword so interessant? Und zwar steht hier Kaufen. Da ist es halt super spannend. Und ich gebe das mal ohne Online ein, damit es vielleicht noch, äh, höheres Suchvolumen hat. Ähm, weil alles mit Kaufen ist natürlich hochinteressant, hochrelevant für Online-Shops. Weil jemand, der, ja, den Search-Intent kaufen hat, könnte ein potenzieller Kunde für deinen Shop sein. Wird zwar nur 130 Mal gesucht, könnte trotzdem interessant sein. Äh, was ich am Anfang noch vergessen habe, oftmals ist es natürlich auch interessant zu sehen, was ist denn hier der CPC-Preis? Also sprich, der, äh, Klickpreis bei, äh, Google Ads. Was sind denn die Wettbewerber bereit, hier zu bezahlen? Ähm, dadurch, dass ich jetzt mich mit der Nische nicht so auseinandergesetzt habe, äh, würde ich jetzt so vom Gefühl her eher sagen, dass es ziemlich geringe Konkurrenz ist, ähm, den Google Ads-Bereich, weil 54, äh, ja, Cent laut KW-Finder ist gar nichts. Ähm, besonders bei so transaktional getriebenen Keywords. Das müsste eigentlich theoretisch viel, viel höher sein. Ähm, das müsste man dann testen, äh, eine kleine Google Ads-Kampagne starten, ob dieses Keyword denn wirklich so gewinnbringend ist. Wir schreiben uns das jetzt trotzdem erstmal auf und, ähm, überlegen dann, ähm, und wir schauen erstmal, genau, wir schauen jetzt mal, damit wir hier keine interne Konkurrenz, äh, entwickeln, oder haben, schauen wir mal, wie, was für Suchergebnisse denn jetzt hier auftauchen, wenn ich, ähm, Kinder, Geburtstagsdekoration, Online-Kaufen eingebe und Deko-Set, ob hier irgendwas das Gleiche ist und das sind komplett, das sind so ähnliche Shops, die hören sich irgendwie alle gleich an, aber es sind verschiedene Suchergebnisse, deswegen kann man auch hierfür natürlich auch dann, ähm, eine Landingpage haben. Und, wenn man sich das recht überlegt, wenn man da jetzt in die Tiefe geht, ist es eigentlich ziemlich bescheuert, die Startseite für Kindergeburtstagsdeko zu optimieren, weil die Startseite kann in der Regel nicht nur Kindergeburtstagsdeko anzeigen, die wird, ähm, je nach, äh, wie die Shopbetreiber drauf sind, natürlich dann auch Weihnachtssachen anbieten, äh, Ostern, ähm, Deko-Ideen und so weiter. Deswegen, ähm, war hier ein kleiner Denkfehler und, ähm, die Startseite lassen wir erstmal weg. Wir kopieren uns das Keyword raus, lassen die Startseite erstmal Startseite sein, das können wir später immer noch machen und klicken hier nochmal auf einen Unterknoten und wir machen Kindergeburtstagsdeko und können hier wunderbar eine Unterkategorie dann draufsetzen. Wir wissen einfach, wir haben die Oberkategorie Kindergeburtstagsdeko, die, ja, 4600 Mal gesucht wird, Kindergeburtstagsdeko-Set und Kindergeburtstagsdekoration online kaufen. Und, ja, das ist jetzt alles live. Ich hab mich, ähm, jetzt so ein bisschen, ähm, Freeflow wollte ich eigentlich reden, also ich hab mich gar nicht so extrem, äh, vorbereitet jetzt im Vorfeld. Ich wollte jetzt einfach mal ein Video aufnehmen, wo du siehst, wo ich live, ähm, ja, eine Keyword Research mache, eine Recherche mache und, klar, da kommen dann, je tiefer man die Materie einsteigt in die Themen des Kunden, desto schneller merkt man eigentlich dann, oh, okay, hm, hier hab ich einen Logikfehler gehabt, okay, baue ich nochmal um. Also, es ist völlig normal, dass, wenn man erstmal eine Informationsdetektur aufbaut, immer mehr Keywords kommen hinzu, merkt man so langsam, oh, okay, hier ist ein Logikfehler, vielleicht kann man die Kategorie noch so ein bisschen umbauen, weil wir denken immer in Clustern, also kann ich mit einem, mit einer Kategorie möglichst viele Keywords abdecken, gibt es Keywords, die ich nicht mit dieser Kategorie abdecken kann, muss ich dann vielleicht Unterkategorien erstellen, wie jetzt hier in dem Beispiel, was man hier so schön sieht und dann geht man einfach mal Step by Step durch. Deswegen habe ich eigentlich jetzt auch nur drei Oberkategorien genommen, aber wir sind jetzt hier schon, äh, seit gefühlt, ähm, 20 Minuten, eine halbe Stunde schon am Reden und am Machen und, ähm, ja, das geht ja natürlich sehr, sehr lange, besonders bei Shops, die sehr, sehr viele Kategorien haben und, äh, Produkte, da kann das natürlich verdammt lange dauern. Genau, für die Startseite habe ich mir was überlegt und zwar ist ja der Shop an sich die Oberkategorie, sage ich mal, sind Dekoartikel für Kinder und das geben wir jetzt einfach mal ein und Dekoration für Kinder, Geburtstage nicht, Dekoration für Kinder, äh, Dekoration für Kinder, ich gebe das mal so ein, vielleicht Deko für Kinder wird vielleicht ein bisschen häufiger gesucht, ähm, ja. Muss man die übelst langen Leitzeiten, überleben irgendwie. Okay, es ist schlecht, es ist ziemlich schlecht. Äh, Kinderzimmer Deko, ach du grüne 900, 17.900 Mal, ähm, Kinder Deko, 67 Mal, Kinderzimmer, das ist sehr, sehr unspezifisch, Kinder Deko kann halt alles sein, ähm, Deko Ideen, äh, Deko Kinder, Kinder Deko, so redet halt kein Mensch, ähm, wenn, wir können jetzt hier theoretisch die Shopseite so optimieren, diese Übersichtsseite, ähm, könnte man machen, ich nehme das jetzt auch einfach mal mit, aber hier gibt es bestimmt noch einen besseren Begriff, also, äh, Deko Shop zum Beispiel, äh, das könnte interessant sein, das gebe ich jetzt mal ein, und, ähm, ja, ob sie, Kinder Deko Shop, ja, es wird nicht gesucht, aber ist überhaupt gar nicht schlimm, weil ich gebe jetzt hier mal das nur mit Deko ein, und natürlich, äh, Google ist dein Freund, Deko Shop Kinder, Deko Shop Kinder, okay, Deko Kinder, äh, nix mit Shop, also wichtig ist, wir konzentrieren sich hier gerade auf Shop, wir können natürlich auch dem KW Finder sagen, übelst, über die Filter Funktion, dass er hier nur die Keywords anzeigt, wo Shop drin ist, Kinder Party Shop, hm, ja, nee, passt nicht, äh, Kinder Shop, das hört sich ein bisschen komisch an, Kinder Shop, äh, nur 900 Mal gesucht, äh, dann, äh, was ist das, Kinder Shop, was ist das, okay, das ist einfach nur allgemeiner Begriff für Kinder, die, so Kinderbedarf, äh, Spielzeuge, das passt ja jetzt absolut gar nicht, und dann, das lassen wir einfach offen, das sind solche Sachen, die bespricht man dann einfach mit dem Kunden, hey, die Startseite, da finden wir nix, ähm, da muss man brainstormen und besonders, weil wir eben nicht vom Fach sind, da, äh, äh, zusammen sich zu überlegen, hey, was könnte das sein, aber ich hab jetzt mal, ja, zu allen möglichen Themen, äh, weiter recherchiert, also das Prozedere ist ähnlich wie bei den vorherigen Themen auch gewesen, checkst bei Google, checkst beim KW Finder, wenn du es wirklich ausführlich machen willst, benutzt du natürlich immer mehrere Keyword-Tools, aber ich hab jetzt einfach mal geschaut, die ganzen anderen, äh, Begriffe, die noch, äh, da waren, vom Kunden, ja, da konnten wir halt verschiedene Sachen noch ableiten, also besonders die Kindergeburtstagskategorie ist ziemlich, ziemlich fett geworden, also hier muss es einen fetten Menüpunkt im Shop geben, wo es dann Unterkategorien gibt, äh, einmal zu Kindergeburtstagsmotto, oder Motto Partys, und dann nochmal, äh, Cowboy-Party, in Jana Geburtstagsparty, äh, Kindergeburtstag für Jungen, Kindergeburtstag für Mädchen, da wird sehr, sehr viel gesucht, ähm, eigentlich zu 90% der Keywords, die untersucht, äh, die wir untersucht haben, sind transaktional getrieben, also die Leute wollen hier etwas kaufen, es gibt allerdings auch Themen, die, ähm, 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 einen starken, informationsgetriebenen, äh, Search-Intent haben, also sowas wie Kindergeburtstags, äh, Rezepte, ist natürlich klar, die Leute wollen wissen, hey, wie können sie einen tollen Kuchen backen, für den kleinen Filius, äh, das ist natürlich stark, ähm, informationsgetrieben, also sprich, hier kann man eher weniger verkaufen, hier sucht jemand noch, äh, nach Rezepten für seinen Kindergeburtstag, nichtsdestotrotz kann es natürlich theoretisch möglich sein, dass dieser Mensch, der nach Rezepten sucht, aber auch zeitgleich nach Dekoartikeln sucht, also sprich, ist das hier für die Zukunft auch ein sehr, sehr interessantes Keyword für den Shop, wenn er dazu gut gefunden wird, hier interessante Sachen anbietet, dann kann er vielleicht hier auch über langen, langen Zeitraum gesehen, auch ebenfalls, ähm, Verkäufe, ähm, erreichen. Und ja, das ist eine kleine Keyword-Recherche mal, äh, gewesen, so zur Veranschaulichung, das ist alles ein bisschen, äh, Freeflow gewesen, äh, ich hab mich jetzt, äh, bewusst nicht so intensiv darauf vorbereitet, ich wollte einfach mal, das einfach live zeigen, wie so eine Keyword-Recherche, durchgeführt wird, ähm, dass man immer wieder mal Sachen umstellt, wenn man neue Erkenntnisse hat, das ist auch völlig normal, und ja, ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hier unter diesem Video, äh, da lässt, äh, irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, sind gern gesehen, habt ihr mit den Kommentarbereich, wie gesagt, und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.